Ja, guten Tag! Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Jurassic World Evolution. Wir sind gerade voll dabei, die Mission von der Duo abfällig zu machen. Schauen wir mal, ob uns das so weit gelingt, ne? Fügen sie mit dem Hammer- und Entwicklungslabor das Gebäude-Upgrade-Erfolgsrat hinzu, um die Chance eines misslungenen Brutvorgangs zu verringern. Ja, das haben wir auch schon so weit alles ausgerüstet, ne? Braucht ihr das Spiel, um sich erzählen, ne? Es sollte gleich auch eigentlich noch ein Sturm kommen. Das hab ich noch gerade vergessen. John Hammond, alle großen Themen, Parks haben mit Verzögerung zu kämpfen. Als Disneyland 1956 eröffnet wurde, hat nichts funktioniert. Dr. Ian Melken, ja, John, aber wenn Fluch der Karibik nicht funktioniert, verspeist die Karibik, ja, behalten sie den, ja, und so weiter, ne? Hier sind wir, finden sie ja Fleischfresserfossil, Zauneffekt. Was bestimmt hier der, wie wir da, ey? Das ist der einzige Zaun. Es sollte ja auch Sturm. Komm, aber scheinbar nicht. Doch, keine Lust auf Sturm, naja. Da, guck mal, doch jetzt. Kennt Russ aus. Jetzt beginnt wieder ein bisschen anzuregnen, ne? Naja. Äh, Kraftwerk. Na, doch nicht. Spieler, ne? Äh, Spieler, die wollen wir natürlich haben. Weil da lassen die Leute ihr Geld da. Hier. Na, guck mal. Machen wir hier mal direkt hier Ranger. Stationen machen wir direkt hier. Mh, und hier SCU-Zentrum. Weil wir wollen natürlich auch, da war ja ein kurzer Sturm. Haha. Jo. Die Sorge kann freigelassen werden. Hier, der kennt Russ aus, die zwei Stück. Na, kommen die beiden kennt Russ aus. Da war ja ein ganz kurzer Sturm. Äh, ja. Machen wir hier mal. Aufgabe hinzufügen, ne? Jo. So würde ich das sagen, ne? Was soll noch ein dritter, kennt Russ aus? Kein Problem, ey. Aber noch einen dritten kennt Russ aus, ne? Also. Äh, finanziell. Das ist gar kein Problem. So, und jetzt nehmen wir den Transportteam. Und warum haben wir den allerlei, allerlei, hinten hin? Hm, genau so. Wie sieht der eigentlich aus? Da haben wir auch. Äh, da ist keiner unterwegs. Können wir dann irgendwo noch hin? Ja, hier noch. Kennt Russ aus, guck mal, der zweite, der dritte, der ist gleich auch fertig. Können wir eigentlich schon mal die Triceratops hier. Äh, das sind ja einige. Äh, Triceratops. Vollständiges Genom. Ja. Ist auch alles gut, hoffen wir mal. Äh, Pentaceratops. Achso, ja. Deswegen haben wir den, ja. Physiologische Fleischwürste, fossilen, sehr gut. Der war einsam. Deswegen hatten wir da neun. Weiter so, ja, sehr gut. Näh. Auftrag abgeschlossen. Ich war mir bei diesem Auftrag nicht sicher, aber der Vorstand ist zufrieden. Und Sie sollten es auch sein. Das läuft. Was ist denn hier mit dem Pentra? Machen wir hier den noch? Wenn der da so einsam ist. Äh, machen wir hier Triceratops. Kann oft schon freilassen. Die Sauerbedrohung. War mir überhaupt nicht gerne. Nee, die Pentaceratops. Ausgebrochen. Das finden wir überhaupt nicht gut. Alle Schutzräume öffnen. So, kann freigelassen werden. Produkt wurde eingesammelt. Jo. Wer will nicht im Showbusiness sein? Mit diesem Auftrag können Sie der Unterhaltungsabteilung jedenfalls helfen. Jo. Sorgen Sie dafür, dass wir nun lang nicht mehr als sechs Gäste durch Fleischwasser sterben. Das zitieren wir mal. Pentaceratops. Bauen wir mal hier hin. Weil die sind ja gar nicht mehr so alleine. Ja. Machen wir noch die drei Triceratops. So, hier haben wir Nodosaurus. Nodosaurus. T-Rex. Okay. Wollen wir also zum Nodosaurus nicht mehr reisen. Hier das Stück im Moloch. Der fehlt hier auch noch. Nodosaurus haben wir. Die Sauer kann freigelassen werden. Sehr gut. Können wir die Triceratops alle freilassen? Jo. Jo. Ohne Tragödien macht es hier deutlich mehr was. Schön, dass Sie den Auftrag so gut erledigt haben. Jetzt machen wir noch Demetria Santos aus. Äh, wieder hier. Wird so ein Highlight hier, der Kerl. Hinter Ceratops. Einsam. Boah, alle öffnen, ey. Guck mal, noch ein Pentaceratops. Das Stück im Moloch. Genau so. Ich habe eine neue Mission für Sie. Ziehen Sie sie sich an und sagen Sie ja. Äh, schließt Ihnen mit der Kamera, dass Ranger-Team ein Foto aus mindestens 10.000 Dollar wert ist. Ja, okay, akzeptieren wir. Fotoaufklärung. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Jetzt, mit diesem Auftrag, haben Sie die Gelegenheit dazu. In Anbetracht Ihrer sonstigen Fähigkeiten, sollte das ein Klacks sein. Würde auch sagen, ne? Äh, Schutzräume können wir auch mal wieder öffnen. Alle schießen. So, lassen wir den jetzt auch mal frei, ne? Metria-Santos aus. Genau, aber er pennt hat Server-Tops schon wieder. Sturm nähert sich. Ein Stück im Moloch. So, sowieso alles auf 100. So. Natürlich ein Strom. Kein Strom. Das ist immer gut. Ah. Stereo so aus. Sehr gut. Bis es satt. Äh, Aufgabe zufüllen. Ah, Strom haben wir noch alles. Spiellade, Mars. Ah, wir machen alle Schutzräume da schnell. Da ist auch Zaun-Effekt. Aber ich glaube, wir kümmern uns aber am nächsten Mal drum, um die Sturm, um die Behebung der Stürme. Bewert doch mal ruhig den Teil. Und bis dann. Tschüss.